Was geht ab YouTube und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute Pokémon Revelation Online und ähm... Wir sind gerade dabei, unser... ähm... Unser Taubsi zu trainieren. Es ist noch ein Level. Dann entwickelt es sich nach... äh zu... Oh, jetzt... hm... Ich dachte, hier wäre noch ein Trainer. Dann entwickelt es sich zu... Ein wildes Zubat. Entwickelt es sich zu Tauboga. Ja. Und das würde ich noch ganz gerne machen. Ähm... Uh. Weechleif. Okay. Quick Attack. Ähm... Ja, ja, wie geht's euch, meine lieben Freunde? Erzählt doch mal. Alles gut bei euch? Alles bestens? Alles Bombe? Ich hoffe, euch geht's gut. Bei mir geht's auch gut. Und, ähm... Und das Zubat hier zwei Pokémons fehlen uns noch. Dann haben wir in der ersten Region erstmal alles. Ja, das ist einfach scheiße. Hier sind die Pokémons nur Level 7. Und, äh... Gleich, ähm... Gehen wir in die Höhle und dort werden nur Felstrainer sein. Da werde ich auf jeden Fall nochmal ein bisschen unser... Unser Shilok trainieren. Und deswegen ist es erst gerade ein bisschen doof, um ehrlich zu sein. Deswegen lassen wir das erst nochmal. Guck mal. So. Ach, Robe? Äh... Fluchtzeit. Brauchen wir nicht. So. Oh, guck mal. Wir werden auf jeden Fall uns, äh... Kleinstein... Sollen wir uns vielleicht das, äh... Kleinstein fangen? Werden wir uns ja auf jeden Fall fangen. Aber, ähm... Es wird sofort tot sein, wenn wir... TM09. Es wird sofort tot sein, wenn wir es angreifen. Will es am Darm, okay. Naja. Brauchen wir auch ab. Brauchen wir nicht. Wir sehen aber hier noch drei Pokémons. Ein paar was. Jetzt finden wir noch zwei. So, run. Und hier. Ich will in dieser Folge auf jeden Fall durch den Berg hier kommen. Ey, oi, 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 oi. Wir hätten uns vielleicht Schutz kaufen sollen. So. Oh, guck mal. Da ist direkt eine Leiter. Gehen wir runter. Oh. Wieder ein Zubat. Run. Auch ein Zubat. So. Ey, ist das Team Rocket? Ja, klar, Mann. Oh. Los, Zubat. Äh, Schlock, meine ich. So, äh... Versuchen wir mal bis... Da kann man noch nicht ausprobieren. Zack. Okay. Ist nicht so effektiv. Machen wir wieder Water Gun. Bam. Uber ist down. Fatz, fatz. Weißt du, hätte ich mal lieber jetzt meinen Topsy genommen, ey. Oh, er ist nicht tot. So. Jetzt aber Water Gun. Dann ist es down. Und warte, da. 510 XP. Neue Rennen. 91 Pokedollar. Ja, schon 10.000 Pokedollar. Mein Gott. Sind wir reich, ey. Next time. Ja, ja. So, hier haben wir noch mal... Und Run. Was in dem Pokéball hier drin ist? Starpiece. Oh, warte mal. M12. Da haben wir noch mal ein Team Rocket Mitglied, glaube ich. Ja. Da hoffe ich mal ein Radikal. Level 11. Los, Topsy. Fight. Machen wir mal. Levelvent. Oh, Biss. Ich glaube, wir würden es nicht so gut. Wir machen hier... Nochmal Biss, ey. So, los. Warum? Machen wir mal Quick Attack. Aber wir dürfen anfangen. Oh, nice. Oh, es fokussiert Energie. Nochmal Quick Attack. Oh, das überlebt noch, ey. Macht es nochmal Biss. Aber egal. Nochmal Quick Attack, dann haben wir jetzt gewonnen. So. Boom. Oh, wir sind Level 18. Jetzt müsste es sich eigentlich entwickeln. Ja, sicher. Es wurde... Es wird zu Tauboga. Ja. 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 Next time. So. Oh, Sondermeer. One. So. Oh, je. So. Kann man zu Ball ins Spiel? Water Gun. Und dürfte eigentlich für uns kein Problem darstellen. Oh, was habe ich jetzt gemacht? White Draw. Ach, White Draw ist, ähm... Alles klar. Erdner. Das wusste ich nicht. Rettan. Und... Water Gun. Und Water Gun. Da müsste... Das Ganze schon für uns gewesen sein. Ja. Das ist ja ätzend, ey. Nix. Okay. Da kann man irgendwas kaputt schmettern. Aber ich glaube, Dick... Dick... Ich weiß nicht, was Dick ist. Ich glaube, Stärke. Bin mir aber nicht ganz sicher. Wir haben noch zwei Pokémons nicht entdeckt. Äh, man. So. Müssen wir mal wieder hochgehen. Ist ja alles nix. Haben wir wohl den Falschen genommen. Run. Run, kleines Schluck. Run. Nachentwickelt es sich schon zu Tour Talk, ey. Das geht ja so auf den Pimmel hier, ey. Oh, Mann. Oh, Pixi. So. Machen wir hier lang. Dann wird es zu Bad. Wir haben jetzt alle Pokémons hier entdeckt, die es in der Höhle gibt. Wir müssen ja wegrennen. Verdammt, ey. Wir brauchen einfach Stutz. Da ist noch eine Treppe. Wieder ein wildes Kleinstein. Oh, hier ist man nur der gleiche Rotz. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Mann. Komm weg, hier. immer gespannt ich habe keinen bock auf den zu badmann das nix aber ab hier dieses pokémon so scheiße ist noch keiner kurz vor das dinge ich dachte gerade noch mal kämpfen müssen also das nervt schon früher immer genervt ja da wird unser schillock jetzt ein leichtes spiel haben aber wie gesagt wir müssen dagegen kämpfen damit wir fight water gun kann direkt einpacken das gerät hier das ist überlebt auch noch war laut so noch mal water gun nach hätte auch eigentlich ein bisschen oder so gereicht aber gut was kommt jetzt noch mal einen kleinen stein ja gut wie du willst ne water gun voll angespritzt direkt weg damit so was kommt jetzt ein onyx und water gun zack weg und 134 pokémon bekommen ja 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 boah zum kotzen echt ey so oh mondstein ey leck mich doch am spiegelsack ey wo ist weg hier will das zu bad müssen ja abhauen aber ganz ratzfatz ey wir müssen vor dem zu bad ratzfatz abhauen so jetzt sind wir hier haben wir noch mal ein team rocket typen oh man und dann wir sind dann er will gegen uns kämpfen wie er will so wenn es ratzfatz erscheint bald water gun kann das ratzfatz abtreten hier was doch noch anfangen mit ruckzuck hier wirklich kaputt hier und nochmal water gun das wird nochmal ein sehr schweres ding hier 17 fight water gun gut gegen sandan müsste es kein problem sein und tschüss ja i want the battle boah echt zum kotzen ey los run away dankeschön so ich könnte kotzen ich könnte echt kotzen grad das geht so auf den sack warte mal hier backpack also kann ich gut verkaufen im shop buchgeball was auch tschüssler aber keine dachte vielleicht hätten wir irgendwo einen schutz bekommen was ich nicht mitbekommen hätte ich kann nicht mal mehr mein chillock heilen das wird noch sehr sehr schwierig hier drin vor allen dingen wenn wir noch auf sträner treffen leck mich doch am arsch los run away warum ladet das nicht also guck mal der hat schon ein bieser knos ein wildes onyx weg hier oh je oh je oh je ey zum kotzen und wenn wir jetzt ich will mein chillock nicht verlieren wenn es noch mal unser ratz und unser top annehmen weit was oh no Okay, das haben wir schon mal besiegt. Zubat, okay. Auch noch mal Wirbelwind. Dieses, ah no. Wicked Hack. Eieiei. Boah, wie ein Schwein. Das ist ja mehr als Glück hier, ey. So, ey, gehen wir doch nicht auf den Senkel hier. One away. Oh, was ist denn hier los? Also, ein Schleimer. Level 15, ey. Fuck. Komm. Das war's. Pokémon. Los, Sherlock. Alles liegt jetzt bei dir. Motorgun. Oh no. Oh no. Das war's. Kacke. Und wir waren doch fast durch, ey. Mhmm. Ah, Poison. String. Was? Überlebst das? Mist. No. Unsere ganzen Pokémon sind down. Scheiße. Ja, aber nochmal gehen wir nicht in der Folge durch die ganze Höhle. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, meine lieben Freunde. Achso, hier können wir unser Geheimversteck aufbauen. Alles klar. Ja gut, meine lieben Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Aber dann werden wir schon wieder da vor den Fossilen stehen und gegen den Typen kämpfen. In dem Sinne verabschiede ich mich und wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020